Was hat der Fischotter mit Klimaklagen zu tun? Vordergründig einmal gar nichts, aber ich erkläre euch heute, warum das Ganze dann doch letztlich irgendwie zusammenhängt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niedewer von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niedewer und Partner mit Sitz in Wien, Graz und Salzburg. Und es geht hier nicht nur um den Fischotter alleine, sondern auch um andere Tiere wie den Wolf oder den Biber, wo es ja die Debatte gibt, ob man die aus der Natur entnehmen soll, also sprich töten soll, weil sie eben stören oder eben nicht, weil sie EU-rechtlicher höchst geschützt sind. Und die Debatte wogt auf und ab und zu diesen Tieren gibt es dann oder gab es früher Entnahmebescheide. Und die waren nicht besonders erfolgreich, weil die NGOs konnten diese Bescheide anfechten und jede Anfechtung von so einem Bescheid verzögert sozusagen und das ganze Prozedere hat aufschiebende Wirkung. Und jetzt sind die Landesregierungen dann an anderen weggegangen und dann haben gesagt, okay, Bescheide kann man anfechten, Verordnungen aber nicht, weil da ist der Verfassungsgerichtshof höchst restriktiv. Der lässt Verordnungsanfechtungen schon mal generell nicht gern zu, aber für NGOs schon einmal überhaupt nicht. Das heißt, wir verordnen das jetzt. Und in Niederösterreich gab es ja eben die Fischotter-Verordnung und gegen die sind dann zwei NGOs, nämlich WWF und Öko-Büro, wieder zu Felde gezogen. Sie sind aber nicht zum VfGH gegangen, weil es eh nicht erfolgreich sein wird, sondern sie haben einen Antrag gestellt bei der Landesregierung auf Aufhebung der Verordnung als EU-widrig. Die Landesregierung hat gesagt, das dürfte sie nicht, ihr habt kein Antragsrecht nach der Verfassung. Das Ganze geht rauf zum Verwaltungsgerichtshof und siehe da, dieser stellt diese ganze Geschichte auf den Kopf. Er braucht gerade einmal dreieinhalb Seiten Begründung, um zu sagen, es geht hier um EU-Umweltrecht, es geht um die Grundrechtecharta der EU, es geht um die Aarhus-Konvention und alle die geben den NGOs Rechtsschutz. Und wenn sie den Rechtsschutz nicht beim Verfassungsgerichtshof kriegen, dann kriegen sie den Rechtszug im normalen Verwaltungsweg, also sprich Behörde, Landesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtshof. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz gravierender Umbruch, weil es die Konsequenz hat, dass nationale Verordnungen, wenn sie umweltbezogen sind und einen EU-Hintergrund haben, künftig von Nachbarn und NGOs bei den Verwaltungsbehörden angefochten werden können. Und was hat das alles jetzt mit den Klimaklagen zu tun? Die Klimakläger scheitern beharrlich beim Verfassungsgerichtshof, der ihnen mehr oder weniger kreativ erklärt, warum sie nicht klimaklagen dürfen. Und die könnten sich jetzt überlegen, dass sie möglicherweise künftig zur Behörde beziehungsweise zum Verwaltungsgerichtshof gehen.